Hallo meine Freunde, Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute spielen wir Nova Legacy, glaube ich. Weiß nicht. Wir spielen dann den Multiplayer. Natürlich... So, dann reicht das auch. Es gab kein Video so lange, weil ich einfach keine Motivation hatte. Dann wusste ich nicht, was ich aufnehmen soll. Weil ich frage euch öfters mit ihr, schreibt nix. Weil... ja. Dann habe ich mal die Kommentare nachgeguckt. Und einer hat mir dieses Spiel empfohlen. Ich hoffe, er guckt das auch gerade. Und ich... Zeug es jetzt einfach. Alles klar, ich hab mir jetzt auch mal reingekommen. Ich kenn das alles schon. Alter, ich hab mir die... Waffen teilweise gemacht. Und dann starten wir. Also... ich... Den Namen erklärt so nicht. Aber es ist ein Shooter-Game. Fürs Handy und... Ich hab halt die Kampagne davon schon gespielt. Aber noch nicht den Multiplayer. Ja, deswegen... Mal gucken, wie der ist. Eigentlich müsste er gut sein. Der Mischers bedeutet eigentlich alle gegen alle. Aber... Es ist natürlich so ein Vorteil, wenn man ein höheres Level ist, dann kriegt man halt auch mehr Waffen. Oder ich glaube, es gibt nicht mehr Level, sondern... Und muss irgendwie Teile für Waffen freischalten. Granaten muss man sich irgendwie besorgen. Oder man kriegt sie aus irgendwelchen Kisten. Die ich euch vielleicht noch zeigen kann. Kommt drauf an. Ist doch einfach gerade ultra lange. Ja. Aber bestimmt, weil es Multiplayer ist so nicht. Story. Ob morgen ein Video kommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob überhaupt noch regelmäßig kommt. Also so am Weihnachten auf jeden Fall. Aber jetzt auf dem Handy weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben... irgendwas... Also... Ob ihr noch aktiv guckt oder... halt nicht. Verzeihnis guckt. Ich gucke gerade sein Video. Also ich gucke dich auch aktiv. Aber ich hab gesehen, niemand hat bei dir gedisliked. Aber es ist bei den 9 Sekunden, wie... Ich weiß nicht, wie es bei dem... 1 Stunden Video oder so ist. Ist aber einfach gerade ultra lange. Ich glaube, wir haben gerade 3 Minuten oder so hier gerade gewartet. Und warum ich sagte, ob morgen vielleicht ein Video kommt, dass es weil mein Geburtstag ist. Da weiß ich nicht, ob ich ein Video mache. Ja... Die Waffen. Da oben ist das Leben dieser blauen Balken. Ich weiß gerade nicht, was ich gesagt habe, Balken. Hab ich gerade gesagt. So läuft ultra schnell. Man ist so gesagt ein Roboter. Ich hab aber gerade... Okay, ineffekt. Wo muss ich hin? Okay, wie man sehen kann ich mir schlecht auf händen. Ich hab da... Wie man sehen kann ich mir... Ich hab ich da followen. Wie man sehen kann. Wie man sehen kann ich mir mal sehen. Ich hab ja einfach alles sehen. ist nicht auf die wache mal gebaut und er hat mich mit das weitergeht krass bis jetzt über bauwärter stimmige halter stimmige halter stimmige halter stimmige halter hier wollen also man erkennt wenn es ein gegner ist allein schon wenn er schießt beziehungsweise wenn mein charakter gerade schießt man schießt nur bei gegnern und ich habe gerade jemanden gekillte sehr gut also ich werde die waffe ändern wieder ich habe eine waffe mehr und ich kenne diese maps noch gar nicht also es ergibt voll sinn er ist weiter unten als ich und er kriegt weniger schaden richtig hohes level hat eine bessere rüstung und von der seite geholt wurde ich noch von dem typen der von mir war ja das munitions behält das war vorhersehbar ich glaube ich ende diese waffe ist nicht so gut diese piste habe ich noch nie gespielt und sind irgendwo gegner sind ich bin dritter ich habe nur irgendwie neun kids oder neun tode bin dritter und der erste ist einfach was er da steht unter der zeit ich glaube danach nehme ich lieber so eine stadt wenn die im Kampf auf kathie das bringt ja nicht viel auf kathie das bringt ja nicht viel auf kathie das bringt ja nicht viel auf kathie zu sagen er hat nun nicht gekillt das heißt er hat ein mini hp leben das ist unfair ob man sich regenerieren kann weiß ich nicht größere probleme größere probleme jetzt bin ich vierte ich glaube in den spiel ist die beste waffe oder so die beste waffe oder so ich bin vierter von vier ja so ne kisten gibt es halt so welche kann man halt ähm farben und waffen bekommen bei der legende aber schon was bekommen die gamma kann ich upgraden perfekt ist perfekte zeit also das mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen lasst doch ein like unten ab oder falls ihr es noch nicht getan habt und ciao